Ah, Böckchen, du rockst das jetzt alleine. Und schon wieder kommt der ihr Scheiß. Immer nur der Spittel. Immer kommt der ihr. Es geht nicht mal los und es kommt schon wieder der ihr Zeug. Hier ist ein Fußtapsis drin. Ah! Ach, Junge. Sogar Schnee ist hier drin. Was macht denn Schnee im Van? Äh, der ist undicht. Irgendwie schon. Wir hatten die Tür wieder nicht zugemacht. Wir hätten hier reingefurzt. Na, wer denn wo? Das hört sich auch voll komisch an, wenn du drüberläufst. Wie richtig aus Schnee. Sehr mysteriös. Seit wann klingt Schnee wie Schnee? Das ist komisch. Verstehe ich gar nicht. Okay. Oh, Daki braucht ungefähr drei Jahre. Das ist mal immer so beim ersten Mal. Letztendlich haben wir schon drei Pumpern zugegeben. Gesneakt. Oh. Aua. Ich habe einen Mückenstich an der Warte. Ist das schön? Total. Vor einem tiefsten Winter hat die Mückenstich. Ja. Ja. Ist so. Ich war ja am Wochenende im Alkohol. Und im Alkohol war eine Mückenzimmer. Keine Ahnung, wie die bei minus 10 Grad überleben konnte. Aber ey. Ja gut, wenn die im Zimmer ist, ist es ja warm. Richtig. Dann fragt mal Limo einer. Stell dir vor, irgendwann machen Mücken Resistenz gegen den Winter. Das Problem ist aber auch tatsächlich, wir haben auch immer mehr Mücken jedes Jahr, weil einfach die Winter viel zu kurz und zu warm sind, als dass die komplett sterben würden. Die überleben ja alle fleißig und machen ihre Vermehrungspartys. Ich meine, gestern war minus 10 Grad, heute ist es plus 10 Grad. Ja. Die alte, die Seite, die mich da fragt, fragt, wie alt ich bin. Die ich geguckt habe, gerade für die Halloween-Sachen, äh, Weihnachtssachen, dachte ich so, hä, wie alt bin ich? Was geht dich das an? Wirklich. Frech. Weil du vielleicht schon wie zwölfer aussiehst. Wahrscheinlich. Ewigen 90 Prozent. Internet bei der Deutschen Bahn gekauft. Äh, ist so. Ja, 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 ja. Das ist nur das Spiel. Nur bei dem Spiel ist das so. Ja, auch ein High-End-Spiel, also. Oh ja, da brauchen wir auf jeden Fall einen krassen Rechner. Ich meine, weil die Spiel ist krass da drauf. Die Teile kannst du hier. Und das funktioniert flüssig. Ich verstehe es halt manchmal auch die Ladezeiten nicht. Dass du bei manchen Games so extrem lange Ladezeiten hast oder bei manchen Games Ruggler hast, wo du dir denkst, du hast mit einer der neuesten PCs und du spielst so ein 0815-Game und das ruckelt. Mhm. Ich sollte gleich reinkommen, der Sound ist weg. Ui, da ist ja jemand da. Ich hab das zum Beispiel bei DVD. Ich hab das mit einer der neuesten PC-Teile. Bei mir verbaut. Ich hab manchmal einfach... Ich hab manchmal einfach, dass wirklich mein PC bei DVD ruckelt, wo ich mir denke, wie kann das sein? Oha, okay, das ist schon krass. Einmal klingeln, wieso hat eigentlich Limo die Stufe 3, äh, Dings eingepackt, Sturz? Ich hab 32 GB RAM. Ich hab ne 3060 Grafikkarte. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, keine Ahnung. Mit eines der neuesten Mainboards und Prozessoren. Oh. Pack jetzt wohl im Eingangsbereich irgendein Teil für die Maschine. Pumpgun. 1000 Watt-Netzteile hab ich jetzt neu drin. Trotzdem sitzt er da manchmal da und zockst du DVD und da hast du da so schwammige Ruggler drin, wo du dir denkst, what the fuck. Ja, wo soll jetzt hier was sein fürs Gewehr? Verstehe ich nicht. Hm. Vor allem, wie soll das ausschauen? Ich hab keine Ahnung. Da ist kein Bild dabei. Nur dabei, wo es located ist. Oh. Sind wir im richtigen Sunny Medos? Wir sind im richtigen. Wir sind im richtigen. Ist ja wunderbar. Er hat die Tür geöffnet. Linksrum. Hier läuft auch Wasser, ja. Geil, wir haben den Geister auch noch nicht so schnell auf Sunny Medos gehabt. Hm. Hier im Klo ist er drin. Ja, hatten wir doch schon mal. Wir hatten doch schon mal nach drei Minuten den Geist gehabt. Stimmt. Ah, hier ist ein Schneemann, den wir... Da, das müssen wir einsammeln. Batterien. Oh. Eingesammelt. Also wir haben... Einen Teil haben wir. Wie viel brauchen wir? Drei. Platzierst du die? Was? Wo ist Platzier? Die ist eingesammelt. In meiner Hosentasche. Also. Oh. Das hat er jetzt gemacht. Die schöne Arschtasche rein. Ja, richtig schön. Ich hätte sie auch woanders reinschieben können, aber ich dachte, wir brauchen sie danach noch. Hm. Die ging dann doch nicht. Aber es waren Batterien. Ich weiß auch nicht, ob ich mir die unbedingt in andere Öffnungen stecken will. Warum nicht? Wenn sie ausliefen, hält warm. Aber wo ist dann das Zwoz? Ich check's nicht. Okay, eins ist scheinbar im Garten. In der Ecke rechts. In der Ecke rechts. Und unten ist ja das dann zum Zusammenbauen. Aber wo ist das? Erste? Ja. Hier. Funden. Das Erste? Oder das im Garten? Das im Garten. Das zeigt sogar ein Schneemann drauf. Ich weiß nicht, ob es hier in den Garten gibt. In der Mitte, ja. Komisch. The first piece is situated in the left hallway, near the end... Ach, hallway. Hä? Also Pupsnase. Nee, das, was ich eingesammelt hab, ist im Hallway, angeblich laut Map. Gibt ja gar nicht. Dann haben... Ach, mach doch nicht die Türen hier auf. Okay, gut. Mach doch nicht diesen. Dann müssen wir eigentlich nur runter. Muss jeder für sich selbst einsammeln? Nee. Das konnte man nur einmal. Oder David, das war weg danach, gell? Ja. Okay. Dann geh ich mal runter in diesen Raum, wo das quasi scheinbar fertig gemacht werden soll. Aber dann haben wir ja alles. Eigentlich. Oh, ich hätte die Kamera hier liegen lassen können. Hab sie da hingeschissen. Auch hinten runter gehen können, ne? Ach, egal. So. In welchem Raum da unten? Oh Gott. Im drittletzten Raum. Okay. Das kriegen wir hin, glaube ich. Aber hier unten ist doch gar kein Badezimmer. Oder falsche Seite. Nee. Hä? Hm? Eins, zwei, drei. Nö. Alter Raum. Hm, nö. Hier ist ein Frauenarztstuhl, den wollte ich nicht. Nisch? Nisch. Auf der anderen Seite. Aber die Map ist doch eigentlich unten rechts. Ist doch auch unten rechts auf der Map. Oder bin ich jetzt doof? Ähm. Ähm. Wer hat denn da schon wieder ein Klingeln? Limo, der läuft aber durch den Keller. Äh, bei den Klingeln schulder die Glocken. Hörst du die Glöckchen? Klingelingeling, klingelingeling. Jetzt kommt der Eiermann. Und der hat Eier. Hier ist ein... Oh, Schneemann. Aber der hat nichts in der Hand. Doch, der zeigt auch was. Der zeigt in den Raum hier. Ja, dann ist es hier drin. Hoppala. Ja, hier. Oh. Wee. 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 Hat's gemacht. Okay, gut. Und dann haben wir es jetzt. Und dann müssen wir damit was machen. Äh, ich... Ne, ich glaube, wir müssen einfach nur gehen. Meinst du? Mhm. Nessie, you start the wolf, you find the... Hunting side that for snow. Hunting side. Ich war doch letztlich auch so. Dieses Kiechern, und dann durfte man gehen. Na gut, dann schauen wir mal. Aber der ist ja süß, komm. Muah. Süß. Alles knutscht die ab. Muah. Vor allem heute rieche ich auch sehr gut. Ich hatte Rakletto, wir hatten ganz viel Knoblauch und Zwiebeln. Ich rieche jetzt wie... Wie ein Zaziki-Laden ein bisschen. Ha. Ha. Find's sexy. Muss ich schon sagen. Ja. Sehr schön. Ich glaube, es ist ein Hantu. Ich weiß die zwei überhaupt nicht, aber... Wo sind jetzt die Waffen? Oh, der müssen wir für... Die sind aber noch nicht. Den müssen wir für Wölkchen mitnehmen. Den müssen wir für Wölkchen mitnehmen, weil die hat... Hat wieder explosiven Durchfall. Ja. Da hab ich aber jetzt gerade reingeschossen. Das ist egal. Das ist egal, dass dort Wölkchen ist. Wölkchen, auf dem Monitor hier links steht 3 für 3. Ah ja, ja. Okay, und dann muss ich noch irgendwas machen, oder ist das einfach beim nächsten Mal im Van drin? Beim nächsten Mal im Van drin. Irgendwie zum Stehen bringen. Dann fahren wir mal. Ich glaube, es ist ein... Der hat viel gepoltert. Im Poltergeist. Ich nehme Revenantos. Willkommen zurück. Wie cool. Wie cool. Guck mal. Er hat richtig viel Kohle gemacht. Und sogar den DOS-Projekt an den Ekelhaften bekommen. Oh ja. Geil. Tengelwut. Das ist ja beschiss. Jetzt gibt es denn seinen Scheiß, was eigentlich die da wollte. Und da, hier. Oh, cool. Oh, geil. Oh, wie cool. Oh. Oh, ist das doof. Oh Gott. Reicht dann aber nur das? Ja? Man schießt mit der rechten Maustaste. Mit der rechten, ja. Ja. Aber ist ja richtig doof. Dann können wir nur noch zwei Sachen mitnehmen, ne? Egal. Ja, vielleicht steht das extra. Meinst du? Meinst du, Fassmo denkt so weit mit? Ich bin mir nicht so sicher. Du musst, äh, Kopfnummer, weil eine Dings geht sonst viel Taschenabot drauf. Also kannst du nur einen, Alter, mitnehmen. Wir wollen ja eh nur die, du Spenster, die, die Schneemänner wegballern. Ist da irgendwann auch die Ladung leer? Und wir haben irgendwann gar keine Munition mehr? Das macht nix. Gut, man kann beide. Double. Double Penetration. Oh Gott, im Himmel. Ist das ein Quatsch? Trotzdem gefällt dir's. Na klar. Na klar. Ne, ich kann wirklich nur drei Sachen nehmen, das ist ja doof. Hier. Oh mein Gott, das ist so dumm. Wie mach ich nochmal das Ding an? Ah, Kopfkamera. Hallo. Oh süß, wie die sogar Au sagen. Null. Au. Oh, ich hab ein Foto vom Schneemann gemacht. Das wollte ich natürlich eigentlich gar nicht. Wie mach ich denn meine Kopfkamera an? Äh, lang, lang, Tee gedrückt halten. Der hat eine Tür angefasst. Ist das doof. Ja, ähm, für den letzten Schneemann ist hinter der Tür, hinter der Eingangstür. Wo in der Kopfkamera ist, das siehst du ja auch nix. Oh, das geht. Das ist hier genug. Oh Gott, das ist so süß. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott. Ich lieb's. Hallo, Schätzlein. Oh. Unten ist ein Versteck hinter den Brettern. Wow. Wow. Hatsch den Geister, wir haben abschießen. Du hast mal die alte Hüfte, hab ich gefunden. Super. Spieldose, hab ich auch gefunden. Spielmöse. Jetzt wär's richtig, da einzusetzen. Rum ist an. Aha. Schätzlein, geh mal schnell bei Kanalpunkte. Nein. Aus. Kanalpunkte. Kanalpunkte. Dankeschön. Das ist das Falsche. Das ist doch eingelöst. Die Mö muss sterben. Ja, aber darf ich überhaupt sterben mit diesen Schneemännern? Das wär ja doof. Das weiß, wissen wir nicht. Weiß ich jetzt nicht. Guck ich mal aus. Uns fehlen noch, ich sag's euch, ein Stück. Ja, die sind in der Garage, ne? Alle. Ach, in der Garage. Sie ist in der Garage, ne? Achso. Hier liegt doch was auf Fußboden. Ja, da hat sie auch eben schon geworfen. Ja, der hat doch gerade eine Tür befindet. Ich suche gerade an der Decke nach Schneemännern. Das hieß, an der Decke hängen auch welche. Noch keiner auf der Decke gesehen. Ah, doch hier oben. Auf den Lampen. Abzugshaube war einer. Schätzelein, wenn ich sage, wir haben die Spieldose. Du weißt, dass Limo so geil drauf ist. Dann verbietet man ihn die Spieldose. Ist so. Ist so. Wo sieht man denn, wie viele Dings man hat? Wo stehen denn das? Im Van. Im Van. Achso, im Van. Ich gucke. Uns fehlen noch fünf Stück. Okay, also Limo du darfst das Item nicht benutzen. Immer fünf. Eben erfüllt, okay. Er hantet? Oder ihr wettet? Hand. Ist aber schnell. Ja, aber darf, soll ich jetzt sterben oder nicht? Nee, du darfst das Item nicht benutzen. Ich gebe der Mara gleich die Punkte zurück. Hier ist jemand tot. Ist eh tot. Gut. Interessiert mal aus, ob das hier... Der hantt geht ja nicht weiter. Wir sind ja nur Profi, Leute. Wir geben mal Pillen, bitte. Wir haben auch eh mehr fünf, ne? Ja, habe ich schon eingetragen. Okay. Wollte ich eben sogar auch fast schon sagen, weil im Van saßen wir auch schon... Er hantet wieder. Ja, der ist wirklich schnell. Ne, nix. Gut. Auch tot. Der ist ja extrem schläge. Und wie geht denn da so schnell? Was ist denn hier los? Ups. What the fuck? Komm mal raus, Darkwing. Himm mal. Jo. Aber waren das nicht weniger als 30 Sekunden? Von der Hantt. Ja, na klar. Der hat gehandelt. Ich bin rausgegangen, habe ein Foto von Limbo gemacht und der fängt wieder an mit Hanten. Das hat ja nur ein Dämon sein vom Prinzip. Aber es ist eben F5. Was ist es denn dann? Mimik. Ne, keine Ahnung mehr. Ne. Der ist eigentlich recht schnell. Ich denke mal an den Raichu. Ich glaube, du gönnst dir einfach direkt zwei. Du hast nicht gar keine Sanity mehr. Okay. Aber wir müssen noch fünf Schneemänner finden. Uff. Aber wir können auch gucken. Stimmt. Oder mal. Habe ich denn meine Schneekanone hingeh... Ja, meine Schneekanone ist weg. Ich gucke gerade mal draußen hin. Warum ist meine Schneekanone weg? So, ich habe dir jetzt für das eine die Punkte wiedergegeben. Gleich. Hallo, ich bin gestorben. Das zieht er nicht mehr. Nein, nein, nein. Das andere mit der Leitung benutzen. Wünsche es. Wechsel ich. Du musst die Schneekanone machen. Ich habe meine verloren. Ich habe es nämlich auch für jeden... Hier ist eine. Also darf es insgesamt bloß zweimal nämlich benutzen. Okay, auch ein Beiß. Zweimal darf ich sterben. Das ist sehr wunderbar. Dankeschön. Alles, alles, alles ist auf zweimal. Habe ich bei dir reduziert. Er hat das Strom auf jeden Fall ausgemacht. Und er hat... Er ist hier im Zwischenraum. In der... Oben bei der Spieluhr ist ein Schneemann. Bei der Spieluhr? Mhm. Hier sind zwei. Am Fenster. Okay. Ach, falscher Zimmer. Und hinten... Hier sind drei Stück drin. Und hinter der Tür. Und noch einen Schrank. Zwei. Kriege ich die da oben nicht weggeballert? Ist das zwei? Ach, hier drei. Okay. Dann noch zwei. Hier oben tanzt man noch eher noch. Wo? Noch in dem Zimmer? Rinten an der Wand beim Babybett. Ach da oben. Über dem Bild. Der Bild nur... Oha. Mach... Mach... Es... Es pfeilt irgendwie in... Ah, jetzt war. In der Luft ab. Einer fehlt noch. Ist das ein... Okay, komm. Siehst du, ich habe gar nicht nach den Dingern geguckt. Dann hätte ich die eigentlich sehen müssen, weil ich hier drinnen in dein Zimmer war. Hier war nämlich der Knochen drinnen und... Und 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 und. Und halt die Spieluße. Viel möse. Ja, gewiss. Wir müssen aber auch hinter die Tür gucken. Der kann die austrennen. Der Hantel? Ich bin nicht drin. Der ist halt schnell. Jetzt kann nur ein Reitschuh sein. Ist er auch. Ja, ist das Reitschuh. Bis hier hin wieder langsam. Die Frage ist, könnt ihr halt auch im Schrank sparen, die Dinger? Na, ich denke mal nicht. Aber hinter Türen und hinter Fenstern und alles Mögliche. Hat es er noch? Nee, ne? Nee, ist vorbei. Sehr schön. Der macht immer den Strom aus dieser kleine... Lappen. Hau rein. Mensch, du komm. Ich habe halt auch geguckt, ob im Van irgendwo ein Schneemann ist. Aber... Der hat es schon wieder. Der hat Böcke. Fein, das ist Profi. Das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. So, what the fuck? Profi schwer, Alter, Bram. Ist auch so. Im Keller war ja noch dieses Versteck und ich habe mich davor gesetzt, anstatt dahinter. Holzbrett, ja. Der ist raus aus der Haustür gegangen. Lois. Scheiße, der stand auf einmal in mir. Ich habe vor der Tür gewartet. Der stand in mir drin. Ich dachte schon, jetzt ist es... Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist... Ja, jetzt fahre dann aus. Ende. Aber wo ist dann... Ich habe ihn gefunden. Dann mach. Hier... Wow. Jetzt bin ich aber ganz schnell raus. Das wurde dunkel von dem Ding. Und ich war instant tot und habe die Hände gesehen. Die letzten... What? Okay, ja, dadurch bin ich dann ja gleich mit der Hand angefangen. Ich habe es ja gar nicht gecheckt. Ich stehe da mit... Ich habe ja Kruzis in mir drin gehabt. Zwei Stück. Das eine hat er jetzt scheinbar angefressen. Aber es war dunkel. Und ich wollte loslaufen. und denke mir so, warum bewegt sich mein Charakter nicht? Und dann habe ich so diese Finger gesehen und noch das Geräusch gehört. Super. Und dann war ich tot. Okay, wir fahren jetzt mit Reizschuh. Fahr einfach bitte. Okay. Aber was ist... What? Also das ist... Ein doch netzes Profi. Der hat uns mal richtig von hinten genommen, Alter. Aber mit Anlauf. Oh. The fuck, Alter. Der Geist war ja sowieso komisch, weil der so dauerschnell und öfter gehandelt hat. Das ist doch... Und am coolsten war ich hier vor der Tür und der kommt einfach raus. Ich dachte mir so, jetzt ist es vorbei mit mir. Wie kann denn der Geist aus dem Haus rausgehen? How is this possible? Ja, vielleicht war das jetzt wirklich gerade alles ein bisschen verpackt wieder. Scheiße. Was ist das doch wirklich? Ich fange wieder an, Mayong zu spielen. Das ist irgendwie beruhigender. Oder Bubble Shooter. Oh gut. Na, da kannst du ja gleich üben. Ja, ja. Weil wie das hinten so nachwackelt, wenn das so schießt, ne? Sieht irgendwie leicht pervers aus, muss ich sagen. Oh, warte. Anmerkung der Redaktion. Habe ich keine Kopfkamera bekommen? Alter. Okay. Okay, hat jemand geguckt, wie viel wir brauchen? Äh, 38. Ja, ist doch geschenkt. Spielt zack wir. Sehr schön. Aber, äh, no hate. Aber ich dachte, auf Profi, äh, auf Anfänger fängt der nicht sofort an, Sachen zu machen. Du hast doch noch fünf Minuten Einrichtungszeit, oder nicht? Auf Profi? Äh, auf Anfänger. Auf Anfänger, ja. Wir haben ja nicht Anfänger, wir haben ja fortgeschritten. Haben wir doch fortgeschritten. Ich dachte, wir haben Anfänger reingemacht. Weil der ist nämlich schon wieder sehr aktiv, und die Toppen sind einfach gleich alle wieder tot. Das ist möglich, ja. Rom ist an. Sehr schön. Wir werden einfach alle sterben. Ich bitte, da oben soll sich ja nur... Der eine hat... Der eine Geist hat gerade Mama gesagt. Mama. Hm? Spinde Garage sind frei. Oben auch. Ja gut, wir haben Fortschritte, das Gefühl alles frei. Ja. Ja. Ob wir haben, die Puppe. Was wir erwähnt haben. Le Puppe? Yes. Oh. Die macht ja lustige Geräusche, wenn die abschießt. Mhm. Das ist ne... Alter, was ist denn mit den... Ich muss hier raus, Alter. Weg. Boah, was ist das? Kriegst du wieder Anfälle? Ja, tschüss, tschüss. Schneekanone, wir müssen Schneemann abschießen. Kommt mich mal. Wirklich, uns fehlen noch neun Stück. Was sind denn die Geiste? Wie sind... Was ist denn mit denen? Wir haben noch sechs Sekunden Vorbereitungszeit übrigens. Also er dürfte eigentlich noch gar nicht so viel machen. Aber ey, machen die Wände in mein Gesicht. Ist okay. Gar kein Problem. Gönn dir. Mein Gott, Alter. Möckchen geht schon voll steil heute. Aber ich möchte das nicht mehr. Du wirst sagen, wirst du alt dafür. Ja. Das ist wirklich so. Der ist so... Der ist Epileppi, aber happy, der Geist. Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Ja, kümmel noch hundert Türen an, bitte. Mach. Ja, ich hol ein Fingerguck. Mann, ey. Ich mache schon das Stück Geräusch, wenn man die abschießt. Gäh? Wee. Und... Der eine hat grad eh irgendwie Mami gesagt. Mami. Wenn es jetzt nur noch einer ist, dann habe ich den. Das soll ich öben. Ich habe Angst, dass wenn du den machst, dass man wieder... Dass der wieder hantet. Ich stehe nämlich genau in seinem Raum. Ja, ich veracht... Achtung, ne? Also... Okay, warte. Ja, kannst du... Ich muss den erst mal wieder finden. Warte mal, wo war denn der? Äh... Ach, der war... War der hier? War irgendwo oben. Das weiß ich. Irgendwo hinter der Tür. Ich weiß gar nicht. Oder es hat einer von euch schon weggemacht. I don't know. Ich weiß nicht. Ich habe gerade oben jetzt noch zwei weggemacht gehabt. Ja, aber ob der Heizung war einer? Die Frage ist nicht wirklich, sind wir jetzt so Geisterjäger oder Schneemannjäger? Schneemannjäger. Schneemannjäger. Sehr schön. Ich fände es auch irgendwie witzig, wenn wir einfach so Schnee schippen würden. Wo ist denn jetzt der Letzte? Ist es denn bloß einer oder was? Ich weiß es nicht. Demo hat gemeint, es ist nur einer. Äh... Es ist auch nur einer. Im WN. Draußen vielleicht? Ne, ne. Gucke ich auch schon nach. Junge, ich wollte gerade reingehen. Hintet der? Ne, ne. Es war nur der Wind. Ich wollte gerade sagen. Faden. Wollen wir gleich noch auf Anfänger machen? Auf Anfänger? Wir müssen das auf Minus-Anfänger stellen. Zu benutzen definiert einfach nur mit gar keinem Geist. Gar keinem Geist. Geist nicht vorhanden. Es wird be very nice. Ihr wirft sehr viel. Nö, der, der eine Schneemann ist weg. Irgendwer weggemacht. Darkie, nimm du mal Drogen. Bitte. Jo. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich. Hm. Wäre schön, wenn man die Video-Board irgendwie fragen kann, wo ist der Schneemann? Ja, mysteriös. Nein, so könnte das sein. Oh, habt ihr Knochen? Oh mein Gott, ist der versteckt. Oben, in den letzten Raum. Knochen haben wir eben, ach doch, du hast eben Oma Seite Hüfte gefunden, ne? Ja. Großmutteri Seite Hüfte. Oben rechts. Ähm. Also in dem rechten... ... ganz hinten und dann rechter, das rechte Seite Bett. Ja, wo ist der Schneemann? Sehr gute Frage. Also nicht, da muss man unbedingt 40 Stück pro Map machen im Schnitt, das ist schon auch ein bisschen viel. Naja, ich finde es jetzt nicht viel, ich finde halt bloß dann scheiße, wenn die dann halt so extrem versteckt sind und du dann wirklich erstmal eine halbe Stunde suchen musst, bis du da erstmal die ganzen scheiß Dinger hast. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gesagt, dass die Dinger halt auch im Schrank sein können. Also ich habe bisher noch keinen im Schrank. Also eh im 5. Hm. Ich weiß nicht, ob man den halt so echt nicht findet. Das ist das Geile, du suchst jetzt wieder hier eine halbe Stunde. Und ne, du den gefunden hast, dann sind vielleicht schon drei Leute tot. Ja. Das ist doch scheiße. Oder wir sind einfach nur blind. Oh, hier ist der Knochen. Der hat doch Limbo eben gesagt, oder nicht? Hm. Er hat nur gesagt, dass er einen gefunden hat, oder nicht wo. Doch, da hinten. Ja, ja. Oder im rechten Seite Bett. Ach so, na gut. Gut, da habe ich wie immer nicht zugehört. Wo stehst du doch auf? Einfach random. Vielleicht trifft man ihn irgendwie. Wow. So zufällig. Oh, scheiße. Das macht doch keinen Sinn. Ne, irgendwie, nö. Wir haben jetzt auch hinter jedem Vorhang geguckt. Zweimal. Hm. Der Küche vielleicht nochmal. Oha. Das Kruze ist schon durchgehämmert. Die Räume, die ihr habt, könnt ihr mal schließen. Ja gut, kann ja trotzdem sein, dass man was übersieht. Ach doof. Oh Gott, der hämmert das Kruze wieder durch. Ich sag da, wenn wir hier die scheiß Dinger haben, das sind wir alle tot. Ja, Limbo und David nimmt immer, ihr habt am wenigsten Vanity. Also wie immer. Hm. Ja, aber könnte es sein. Keine Ahnung. Ihr habt ja Schneekanone, dann mach ich mal den, äh, Verräucherungsdienst, falls, falls es anfängt zu handeln. Genau. Leck mich doch am Zipfel. Hast du das nicht gerade gesagt? Ja, ich hab gesagt, wenn sie anfängt zu handeln, sie dachte ich so, ja, das macht wir da nicht. Ja, natürlich. Wäckchen, komm, drei. Komm mal loslegen. Aber die nette. Da ist einer tot. Och, nicht. Das ist doch scheiße. Dürfen wir das gleich schon wieder machen. Wir dürfen doch nicht alle Maps zweimal machen. Hm. Wo ist der letzte behinderte Kack? Schneemann, Alter. Oh mein. Nein, ich hab ihn. Du hast ihn. Äh, geh mal die Treppe runter. Der Hahn hat das nächste Kruzzi. Wir bleiben direkt unten für eine Hand. Hier ist nämlich die Spinde frei. Spinde. Hoch. Ihr müsst hochkommen. Ja, steh'n hier runter. Ja, wenn ihr die Treppe runterkommt von oben. Und jetzt guckt man an die Wand. Wow. Sehr schön. Oh Gott. Ach. Ach, der Hahn hat er direkt, wenn du alle hast. Das ist ja... Deswegen war ich eben auch tot. Halte? Ach, der ist ja... Oh ja. Deswegen war ich jetzt nicht... Es ist Santa. Es ist Santa? Ah. Das ist cool. Fuck. Ey, guck dir den an. Ja. Ach, der hat bestimmt wieder mit der Axt bloß als Santa verkleidet. Ja. Das war der schon letztes Jahr. Das war der mit der Axt. Da wurde er als Santa verkleidet. Aber ganz ehrlich... Und der mit der Kugel. Deswegen war ich eben tot. Weil dieser dumme Hund in mir angefangen hat. Ja. Der hat so einen Schneeballkopf da. Schneeballkopf. Ich guck's mir gleich an. Vielleicht. Was ist es jetzt? Was ist es jetzt? Weißt du, was sagen wir? Also der war sehr aktiv. Ich würde Jade rausnehmen. Ich würde sagen... N-n-n-n-n. Opa, Aki. Hier auf dem Bein link. Ich fand ihn irgendwie leise. Ich gehe. Ich nehme einfach mal Gin. Okay. Nein, wir finden noch nicht mal die ganze Zeit raus. Wir machen einfach bloß das Event. Ja, das ist ja auch Quatsch, Alter. Wirklich. Das ist ja so... So ein Müll. Also es macht Spaß, aber... Bis du da halt durch bist, dann ist alle tot. Aber wir haben zwei Aufgaben erfüllt. Das ist doch auch schön eigentlich. Auf jeden Fall. Also die Kohle kommt schon rein. Ein bisschen. Ein Oni. Okay. Naja, ist ja fast das Gleiche. Ja, ungefähr. Das stimmt schon. Schätzelein, du Süßi. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ihr könnt das ja. Wir sind... Wir sind... Genau, so ist es. Wir sind die Geister-Schlechter. Wir sagen extra nicht, wenn... Wenn wir den letzten haben. Dann kriegst du voll Ende vor den Helm. War das wieder zwei Stockwerke? Ja, oh, es ist hübsch geschmückt. Das waren drei Stockwerke. Bist du unten oder oben? Ach so, drei sogar. Hier, Limo, hier draußen ist Kleiner. Hier hinten am Baum. Da hinten. Wir brauchen ihn. Wir haben einen Spiegel. Ich guck direkt mal rein, wo er ist. Limo, du darfst dich nicht verstecken. Er ist, äh... Es ist eine weiße Wand zu sehen gewesen. Sehr schön. Waschmaschinenraum ist einer auf der Waschmaschine. Waschmaschine. Limo, du darfst dich nicht... Ich mach schon. Nur geduckt, nur geduckt und, äh, Verstecke. Du darfst dich in der Schränke, darfst du dich hinstellen. Aber diese offiziellen Verstecke, die halt sind, da darfst du nicht rein wie Spinde oder sowas. Alles gut. Uh, herausforderung. Okay, du hast eine weiße Wand gesehen. Also muss es, ich denke, oben am Gang wird es sein. Und es war eine lange weiße Wand und es kam einfach nichts. Außer weiß. Also gehe ich davon aus, dass es hier irgendwo die, die Wand war oben. Ich hab'n Knochen. Ich hab'n Knochen. Hier hinten am Fußboden steht noch einer. So, 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 wackel-dackel. Oben lang, links, in der, sitzt einer oberhalb von der Badewanne und der macht Tew Tew. Der tanzt. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Oder fang an zu weichen, du kleiner Wieser. Lopf ans Fenster. Wo bist du? Hier sind zwei im Badezimmer. Nee, vier. Oh Gott. Drei Stück unten am Klo. Oh, nice. Mach ich, ach, ich denke mal, Limo wird schon so fair sein. Äh, hier unten liegt ne Gabel. Ich glaub nämlich, der ist hier unten jetzt. Ich hab nämlich eben auch was von hier unten gehört. Aber wo ist dann hier ne lange weiße Wand? Ich hab ja auch nichts anderes. Oh, grad gefriert, Pupsi. Ja. Wollen wir es an dich, oder? Nö. Nö, noch nicht angemacht. Na, wow. Na, wow. Es fehlen noch, äh, vierzehn Stück. Im Geller unten sind die Spindefrei. Okay, Strom ist im Geller. Warum ist die Banane krumm? Das würd ich jetzt lieber nicht sagen. Wir haben einen Orb und wir haben Dots. Also gedotte Orbs. Yes. Gleich, zeitgleich sogar. Nö, das wollten wir mal festhalten. Ein Dottelorb. Gut. Okay, wir können eigentlich sogar noch alles haben, ne? Box. Das ist schnell. Handelt die schon? Die ist schnell. Ist jemand tot? Oder ein Reitschuh. Was ist denn? Ist das schon jemand tot? Ich krieg einen Vogel. Was ist denn heute los? Wir sind hier auf Vorg... Was? Was? Es ist auch ein Teil. Er ist extrem schnell gewesen. Kann aber oder ein Reitschuh sein. Der ist ja auch noch da. Na, ich bin doch mal ehrlich. Ehrgegen, glaub ich. Das gibt's doch nicht. Wer ist, äh, Ding gestorben? Darkie? Ja, ich bin. Wo bist du? Ja, wir dürfen alle Maps nochmal zweimal suchen. Was willst du? Und dann versuchen wir, wenn wir das zweite Mal machen, dass dann die Leute, die beim ersten Mal das gesammelt haben, überleben. Oder die dann überlebt haben, dann sterben können. Die werfen sich dann einfach von den anderen hin. Halt, Geist! Hier! Ja, buch. Buch, okay. Jetzt ist doch eine Teil. Ja, der macht recht. Okay, dann. Auf dem Auto einfach. Wow. Was sind denn das heute für Geister? Es fehlen noch zwei Stück Limmer. Eins weiß ich, das ist, das habe ich auch schon, das habe ich einfach übergelassen eben. Der wird nehmt du Oma drogen. Ich gehe wieder mit Räucherstickys rein. Ich beschütze euch. Und dann laufe ich schreiend davon. Kennt man, ne? Oder schmeißt du Sticks einfach weg, ohne die anzuzünden. Das passiert auch, ja. Tatsächlich. Okay, B, ich habe den letzten auch. Okay. Der ist oben. Dann mach. Und versteck dich danach. Ja, da hast du dich auch nicht wirklich verstecken. Warte mal, ich kann ja mit reingehen, ne, muss räuchern. Achso, okay. Ich habe selber räucher, also alles gut. Achso, okay. Und wir wissen doch, wenn ich das gemacht habe, dann... Den hat schon jemand eingesammelt. Wow. Ich weiß nicht. Okay, gut, die Fixer sind drin. Gut, dann fehlt uns wirklich nur noch einer. Okay. Ja, vielleicht vegetiert der auch hier draußen irgendwo rum. Ja, haben wir schon alles. Aber falls irgendwer oberhalb ist, ich... Ich sehe es nicht. Alter... Mama... Lass das jetzt. Ich bleibe hier noch ganz lange stehen. Mann, dann wird der alt. Mach doch nicht immer das Licht aus, du dummer. Wirklich, du musst wieder singen. Um schön teig. Ja, warte, ich sing für ihn. Leise rieselt der Schnee In den Starnbergersee Nee, das... Der knapscht da noch nicht rein. Ich singe doch. Er mag's nicht. Er mag's wohl nicht. Oh Gott. Er ist gerade in mich reingelaufen. Hilfe. Aber wir müssen mal gucken. Wir wollen ja eigentlich dieses Event machen. Achtung. Ah, das ist ja fies. Das doch... Bei was war das noch, wo er auch angefangen hat zu handeln? War das nicht bei Halloween? Nee, das war auch Weihnachten mit den Keksen, gell? Die Kekse, die er gegessen hat, hat er doch auch angefangen zu handeln. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Ich höre dieses Klimpern. Ist es aufgehört? Ja. Oh Gott, ist das kompliziert. Gut, oh gut. Gut, oh gut. Gut, oh gut. Bibi, 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 bibi. Leise rieselt. Pieselt das Reh in den Starnbergersee. Umweltverschmutzung ist das. Doch dem Reh macht das Spaß. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Spielen, oder? Na klar. Super. Kommt Glimmo dann auch? Ja. Wir brauchen ein bisschen länger. Da muss ich ja ducken. Das stimmt. Das ist ein bisschen penetranter. Help Woodward! Aber versucht bitte nicht zu sterben, okay? Das will ich nicht nochmal machen. Wir haben noch Easy, also Anfänger. Ja, pass auf, das ist irgend so ein ganz fickriger Geist. Nach drei Minuten sind wir alle tot. Ich bitte darum. Weil das ein Dämon auf Anfängermodus ist und der bei 100% einfach anfängt. Bam ins Gesicht. Ich bitte darum, dass er ja von der klaren Eingang steht, wie wir das Tor aufmachen und der gleich da steht und uns alle wegsnackt. Genau. Und der ist verbuggt und tötet einfach alle zu viert gleichzeitig. Hintereinander, nebeneinander, miteinander. Übereinander. Ineinander. Pergel. Haha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Genau das war gerade mein Gedanke. Dann, gell? Moment mal. Aber nur manchmal. Da haben wir die gleichen Gedankengänge. Oh, da ist einer auf dem Lagerfeuer drauf. Bein wieder so super, es pisst wieder wie aus Eimern. Wie willst du hier ein Ohr finden? Also das ist immer so geil. Auf Anfänger ist der Strom sogar schon uncool. Wir haben eine Puppe. Oh, hier unten stehen ganz viel bei den Bierdosen. Das ist cool. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Mhm. Hab den Knochen. Dann lass ihn dir schmecken. Danke. Im gelben Zelt ist ein Schneemann. Im blauen Zelt ist auch einer. Wegen wie viel wir gesammelt haben schon. Auf dem Grill steht übrigens auch einer. Falls einer gegrillt einen Schneemann will. Go voll. Mh, lecker. Schneemann am Spieß. Ähm, E-MF. Zwei. Ja, ich würde sagen, der hat der erste Gefrierpups. Ja, ja, ja. Der Ball? Der Ball? Der Ball ist ja mal bitte hier vorbei. Der Ball ist geflogen. Alles steht ein hier im Weg. Der ist hier so aktiv. Ich seh's, der kommt. Der fängt an zu handeln. Äh, Irr. Ein Irr. Ein Irrbi. Ein Irr. Geil. Der hat doch eben das Ding hier angemacht. Hier den Wasser... Nicht Wasserkocher. Wo bist du? Wie alt bist du? Da schmeißt er um Kikel rum und sowas. Was willst du? Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Wie alt bist du? Ah, wir haben Box. Obala. Vor allem, wir haben noch zwei Minuten Vorbereitungszeit. Der ist richtig aktiv schon wieder. Ich renne dann wieder raus und wollte wieder sterben. Ja, wäre besser wahrscheinlich. Ja, die Spieler sind noch nicht so auf ihr. Alles gut. Du, guck, wir sind ja auch gestorben auf Profi. Das ist tragisch. Das ist wirklich tragisch. So, fünf Stück. Wie viel war es? Vier, okay. Drei noch. Okay. Zähl mal mit. Wenn er reinkommt, links hier neben dem weißen Zelt ist er ja noch. Oben auf diesen Dings drauf, auf diesen Stamm. Hat er ganz gut geschrieben? Nee. Doch, hat er. Hat er? Mein Gott. Dann ist es ein Mare. Ein Mare. Das ist jetzt, dann auf den Stamm. Ein Mare haben. Hm. Nein. Okay, Aufgaben. Bewegungszenzu. Einen brauchen wir, glaube ich, noch, ne? Wenn du den ja umgemacht hast, noch zwei, glaube ich. Also den auf dem Stamm habe ich gerade vorhin gemacht. Es wäre gerade um wenn. Zwei. Zwei Stück fehlen noch. Okay, zwei. Het war. Oh. Oh. Inut. Oh. Inut. Inut. Ja, zwei Stück noch. Hm. Hm. Was haben wir eigentlich für ein Cursed Object? Ja, Puppe. Achso. Ja, wir werden gleich wieder. Hm. Wir können ja bestimmt auch... Nein! Nee. Mit zwei könnt ihr bestimmt auch mal Sanity-Paylen. Oh Gott, ist das ätzend. Ja. Oh mein. Boah, Junge, hab ich mich erschrocken. Ein Hand oder ein Event gewesen jetzt? Event. Event, aber in mir. Das ist für laut. Oh Gott, was ist das für Geist? Wir spielen auf Anfänger. Kann das denen mal bitte jemand sagen? Die haben, als ich meine erste Fastenrunde gemacht habe, wir haben Anfänger gespielt. Da war wirklich eine Viertelstunde gar nichts. Da ist nichts los gewesen. Da haben meine Freunde jetzt gesagt, können wir fortgeschritten machen? Weil es passiert ja nichts. Hm. Und jetzt haben wir Anfänger und die machen Event und die fangen an zu handen. Und die fressen meine Oma. Ja, weiß ich nicht. Okay, wir brauchen nur noch einen. Bitte noch nicht. Oh Gott. Herzrasen. Aber das hat genau in meinen Ohren war, gefühlt. Also wir haben noch 81% Sanity-Durchschnitt. Das passt schon noch, aber... Naja, das hält euch wenigstens jung. Der Schneeball ist wahrscheinlich wieder richtig arschig platziert. Ich hab schon geguckt überall an den Decken. Oh mein, ich hab ihn sogar gefunden. Der ist arschig. Wo, wo? Der ist da oben. Auf den Stamm hier. Wo bist du? Oh loool. Wir müssen jetzt nicht nochmal. Wir haben alle überlebt? Ja. Oder? Ja, natürlich. Ja, ja. Ich hab, ich hab Geräusch. Attacke. Gieß ihn ab. Mach ich. Oh mein Gott, wieso ist der so schnell? Auf Anfänger. Ja, aber auf Anfänger. Vielleicht hast du irgendein Leckerli einstecken, was da haben wir. Aber was ich auch dumm finde, sobald es dann, ne, das letzte ist, dann wird es auch so dumpf im Ton. Das wird furchtbar. Wir können, wir können, wir können. Als hätten wir Schnee im Ohr oder so. Hm. Wir haben überlebt. David. Kommen Sie ran. Kommen Sie ran, kommen Sie rein, da können Sie rausgucken. Wir haben sogar alle Aufgaben gemacht. Sexy. Na, guck mal, was wir, wie krass wir heute unterwegs sind. Ja, heute sind wir richtig gut, finde ich. Ab Anfänger. Egal. Es geht ja bloß um das Event. WELF- Wir sind zurück. Wir haben hier Jochs gearbeitet. Hier haben wir einen Job bereit für dich. Autogramme gibt's später. Die du uns dann gibt's oder was, oder wir dir? Du kannst dich bei mir anstellen. Ob du vielleicht eins kriegst, weiß ich noch nicht. Ich krieg das nicht bei uns, du gibst mir doch 500. Ey. Dann muss ich nicht mal fragen. Du bittest mich da an, das ist die Nebe. Ich geb dir gleich 500 Nackenschellen. Cool. Eins, zwei, drei, fünf, sechs. So, weiter. 399, 487, 499, 500. Hier ist ein Schneemann drin. Oh, stimmt. Oh, den möcht ich machen. Wenn der Ding gleich da ist. Wenn man den abschießen kann, wenn es geht. Er muss abzuschießen sein, aber wir müssen warten, bis alle drin sind. Letzter. Oh, den ersten, geil. Tatsache, der hat wirklich gezählt. Stand ja auch drin, dass manche im Van sind. Tatsächlich. Hier oben? Nee. Doch, oben im Van. Auf geht's. Oh, wow. Wir wollen jetzt hier draußen alles absuchen, das wird schön. Ja, hintenrum vor allem auch, ne? Oh, ja. Im Eingangsbereich ist einer da, rechts. Hier oben auf der Garderobe ist oben einer drauf. Ich suche mal draußen. Da unten links rum ist Versteck. Hier ist auch einer. Auf der Kiste hier, Umzugskiste. Unten links oben auf dem Schrank ist einer. Links rum beim Klavier ist einer. Da oben auf der Spieluhr ist einer. Oder auf der Kuckucksohr. Draußen habe ich auch schon einen. In der Küche ist ganz in der Ecke einer. Im unteren Badezimmer ist aber keiner. Ah, da ist einer. Genau. Alles. Ähm. Ich wollte gerade sagen, wer macht die Tür auf und hantet. Hm. Ich glaube mittlerweile alles. Hier hinten, wo das Ding ist, wo der Strom auch ist unten links, ist auch ein Schneemann oben auf dem Schrank drauf. Strom ist an. Ich bin da frei. Hat er nicht gerade was geschmissen? Weiß ich nicht. Ich bin draußen. So, wo ist denn Garten? Äh, nicht im Garten, sondern hier im Küche was? Küche was? War in der Ecke was? Robin. Okay, was haben wir denn für ein Item? Zirkel haben wir nicht. Karten haben wir nicht, Spiegel haben wir nicht. Brett vielleicht, kann das sein? Ist das possible? Nee, Brett war hinten nicht. Muss ja dann die Affenfote sein, oder? Ach ja, genau. Oh, ich würde was wünschen. Hm. Ich wünsche mir, dass alle Schneemänner automatisch abgeworfen sind. Hier ist auch einer im Schrank. Hier im Schrank sogar. Hier in der, wenn du hochkommst, direkt im ersten Schrank, im Bücherregal. Okay, Knochen hattest du noch nicht, oder? Nö. Okay, hier ist sogar ein Schneemann, der kackt gerade. Da, hier drüben hier. Das ist bestimmt die Erwäckchen. Bestimmt ein Schneemann von dir. Oh, wie süß ist der denn? Ein kacki Schneemann. Falls wir zum Van gehen, müsst ihr mal gucken, wie viele wir es schon haben. Hm. Hier ist einer in dem Regal, Werkzeugregal. Einer mit Schneekanone, bitte mal hier auf dem Dachboden rühren. Äh, noch ist im Badezimmer, in der Wanne. Okay. Okay, gut. Okay, gut. Bei ihm stattgesuchte Knochen. Von ihm in der Wanne, also oben. Oben, geradeaus durch. Hier? Hier, bitte, du machst den Knochen, ja. Ah, das war der letzte Scheiße. Wie weiß. War's nicht. Ne, mir hat's schon was gewünscht. Oh. Ach du. Das war auch kein... Hä, stimmt. Was hast du denn gemacht? Der Sonnenschein, wie immer. Mann. Aber wo scheint denn hier die Sonne? Aus meinem Arsch. Gift, glaube ich, so nix mehr. Ich kann dir meinen Hintern zeigen, da scheint die Sonne raus. Ach, da oben. Der sah ziemlich sprühne Sonne. Wo, wo? Oh, kommt's? Wow. Oben auf dem Balken war einer. Deswegen, look up in the sky. Look up in the sky. Hier auf dem Bett ist einer bei Hasi. Gegenüber vor der Treppe, wo man runterkommt. Also, wenn man vom Dachboden runterkommt. Auf dem Bett. Arschloch, Alter. Ja, da ist auch eins. Oh. In der Küche, auf der Lampe, oben ist einer. Komm. Oh Gott, Alter. Jetzt standet der in der Mitte und hat mich ange... Jetzt, schau fast, oh. Schau fast in Ordnung. Boah. Aber nur fast. Der ist ja in der Küche. Busen, Busen. Irgendwann auf der Lampe. Wo, oben, Deckenlampe. Über dir. Weißt du nicht, was eine Deckenlampe ist? Ich guck erst mal die Wände an. Immer weiß vieles, nicht? Wohl erfrech. Mhm. Wie viele fehlen denn noch? Guck gerade. Oder? Vier. Vierzig. Ja. Also, fast. Aber draußen ist noch einer. Hier, wo draußen ist noch einer. Nein, lieber den. Jetzt ist er jetzt in der Küche, oder was, der Geist? Mhm. Sehr süß. Der hatte Hunger, aber da wollte ich was zu essen machen. Klopf ans Fenster. Ich hab auch noch einen von dem Schrank. Rühr eine Tür. Öffne eine Tür. Schließe eine Tür. Äh, David, nimm du mal Pillen, bitte. Boah. Und Limo auch. Hm, ich bin eh gar draußen. Jetzt wird mir hier wieder genötigt. Also, ja, ich hab noch einen gefunden gehabt. Okay, wir zählen noch drei. Den draußen dann bitte übrig lassen, einfach. Dann können, hattet der nicht drin. Also. Schlimm, oder? Immer diese Drogen, das ist, das ist, also. War das, waren die außerhalb der Zäune? Er war außerhalb. Dieses Herz klopft man auch von den Level-3ern, ey. Ist so ekelhaft, das Geräusch. Bist du, Jürgen? An elderly individual. Aha. Versteh ich nicht. Box. Box ist. Was willst du? Nicht knowing. Hör mich. Wer ist schwanger? Red du mal mit dir, die redet mir so undeutlich. Wir haben Gefrier. Also haben wir Box und... Bist du süß? Gefrier. Ich muss ein Deid. Deid. Willst du mich, äh, heiraten? Willst du David heiraten? Willst du ein Bier? Nee. Das war ja wohl ein Ja. Oder nein. Nee, die kriegt kein Bier und mich heiraten. Also, sag mal. Sag mal. Wow. Ach, im Schrank war wieder ein Schneemann. Ja. Also könnt ihr doch im Schrank sein. Also wie viel fehlen jetzt noch? Zwei. 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 Einer ist, einer ist draußen. Okay, einer ist draußen. Sind wir da noch einer draußen oder heute? Nee, draußen hab ich nochmal geguckt. Da ist keiner gewesen. Hm. Da muss ja noch einer hier drin bleiben. Ich weiß nicht, ob ich heute durchstehe. Hui. Äh. Der letzte Liter darf auch richtig ekehaft sein. Also wirklich, zeig dir mal ein bisschen Einsatz. Ah, ich bin heute sehr vollgefressen. Ungefähr drei Kilometer Klett gegessen. War gut. Er hat es. Er hat es. Hm, Event. Oh Gott. Oh Gott. Könntest du mal bitte deine... Danke. Ja, Klett ist immer geil. Das Problem ist nur, man überfrisst sich da immer so, finde ich. Mhm. Weil es geht ja noch um Fännchen und noch um Fännchen und dann... Das stimmt, ja. Und dann musst du noch 15 Fännchen essen. Mhm. Ja, ich hab heute tatsächlich acht Stück gegessen. Das ist schon echt... Hui. Wenig. Ja, normalerweise esse ich immer nur so vier. Also heute hatte ich scheinbar sehr viel Hunger. Naja. Und ich hab ein richtig geiles Dessert gemacht. Ein Spekulatius Zimtstern-Dessert. Das war sehr tasty. Was ist die? Hand ist der? Das schmeckt mir Speed. Ja. Ich hör... Ich... Ich seh... Aber der ist langsam... Ich komm nicht voran. Ja, mit dem Moral. Ich will raus. Ich bin echt tot. Ja. Nein! Ich will das. Oh, die scheiß Ausdauer, ey. Es fehlt immer noch zwei. Hm? Ja, na, der eine ist ja draußen. Also eine. Und unsere Selti ist halt komplett im Arsch, ne? Uno tutti completti. Caputti. Caputti tutti? Selti ist wieder da. Das ist auch was genommen, David. Lebt jemand wieder? Ja. Easy. Ich lebe. Gut. Und jetzt versteck dich. Ich geh raus. Ich bin nämlich auch nicht gestorben. Das heißt, wir können es noch und noch beenden. Hm, welchen Schneemann habt ihr denn ihr? Bevor man reingeht, restet es bei dem Holz, oder? Is that it? Du bist jetzt eins wieder drin. Ist zu. Die Tür ist auf. Die Tür ist auf. Habt ihr hier den Schneemann? Ist das der, der da draußen steht? Der hat es nicht. Ja, ich glaube, wie du meinst. Ja, der hat ja nicht. Wenn unten gemacht ist, ist hochgelaufen. Cool. Hubsnase, ist das hier der Schneemann, oder? Weiß ich nicht, ob das der Schneemann ist. Limo, wenn man vor der Tür steht, unten rechts bei diesen Holzscheiden da, ist das der Schneemann, der draußen ist? Okay, gut. Das ist der, der Trost ist. Er ist jetzt oben. Oben links, glaube ich. Ich gucke trotzdem nochmal draußen nach. Da habe ich was zu tun. Er hantet. Er hantet, ja. Ich habe mir die Nase zugeknallt. Er ist oben links, er ist oben links. Er hat vor mir die Nase zugeknallt. Das ist auch schön. Er hat mir meine Nase zugeknallt. Er hört sogar noch nebenbei Musik. Ja, Moroy? Ja, das habe ich auch gemacht. Ja, da feiert Party da hinten. Ist vorbei. Wo ist der denn, der letzte Schneemann? Das ist ja Bullshit. Ich gucke gerade in den Kronleuchtern. Ich hätte aber die Schneemann auch wirklich etwas mehr offensichtlicher machen können. Ja. Hantet er? Ja. Link zuhöre. All of good. Was ist denn der letzte Kack? Kack Rotz. Irgendwie vielleicht auf dem Dachbohr oder in irgendeiner Ecke oben oder in der Dingwand? Hm. Ah, habe ihn. Ach so. Oh. Der war links, ähm, hinter der Küche. Äh, wo wir uns versteckt haben. Links oben auf dem Regal. Gut, dann alle raus und dann... Der letzte Kack. Kack. Harte, ich bin noch oben. Jupp. Warte, er ist in der Sparte. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ist er draußen? Jupp. Hihihi. Hihihi. Supergeil. Ja, du bist so glücklich, wenn du reingehst. Gött, abwart. Also für's nächste... Haben wir denn jetzt? Mal rein. Mal rein. Mal rein. Also für's nächste Kraft merken, einen draußen stehen lassen. Ja. Super. Ja, guck mal, wie schnell die Sanity runtergelutscht wird, trotz allem. Das ist so krass. Ja gut, das ist jetzt noch Fortschritt geschritten, ne? Ja, aber trotzdem, so wenn du, wenn du sag mal, du machst das alleine gut oder alleine machst, geht die Sanity ja langsamer runter, ne? Aber ist trotzdem heftig dafür, dass du erstmal die Geister finden musst, äh, die Schneemänner alle finden musst. Mhm. Ich find's schon ein bisschen wild, bin ich, bin ich ehrlich. Hey, Zwerge, hey, Zwerge, hey, Zwerge, ho! Hey, Zwerge, hey, Zwerge, go, go, go! Und zwar möchte ich... Du möchtest? Leute, der Schneemann ist gar nicht gespawnt, ich hab einen abgeschossen schon. Der wurde gar nicht mehr angezeigt. Nichts, ich mach doch nix. Oh, Nebel. Ich lass Limo einfach spielen, wie Limo spielt. Wieso Nebel? Oh, hier sitzt einer auf nem Licht. Wir haben das Spieluhr. Cool. Hier oben auf dem Schwanke ist einer. Also den draußen lassen wir quasi, der auf der Pylone steht da. Naja. Okay. Äh, unterm Esstisch hab ich einen, den Knochen hab ich auch gefunden. Auf der Waschmaschine ist einer. Irgendwie finde man bei dem Nebel mal irgendwas. Oh, der Mut, du darfst das Item nicht benutzen. Cool. Cool. Das war ich aber nicht. Nur ich darf das nicht benutzen, ne? Du darfst das nicht benutzen. Alle anderen dürfen es benutzen. Da unten im Keller, hinten bei der vollbusigen Puppe da, bei den Tonnen ist einer. Im Raum davor ist einer. Im blauen Schlafzimmer ist auf der Heizung einer. Auf dem Schrank oben ist einer. Äh, links zwischen den beiden Räumen, da wo dieser alte Heizlifter da steht, ist einer? Äh, ich hab hinten links im Zimmer ein EMF-2 gehabt. Okay. Und in den Zimmer ist einer. Ich mach halt Garage korrekt durch. Äh, zwei sind sogar da. Einer im Regal, einer wenn du oben rechts im Regal. Ach ja, das ist wieder Anfänger, ne? Sind eh gleich tot. Was kriegen? Ist voll egal, auf welchem Ding wir spielen heute. Ist voll egal. Wir werden gleich auf Alptraum spielen. Äh, wir haben Finger. Finger? Ich würd mal sagen, wenn wir auf Alptraum spielen, dass der gefühlt gar nicht mehr hantet. Wahrscheinlich wird der einfach auf Alptraum schlafen, aber nur schade. Schade, der nix macht. Safe. Da hinten in der Ecke, Limo, ne? Jep. Der wollte duschen. Der hat gestunken. Hm, 24, ich hab da 25, also es wären noch 8 Stück. Okay, wir haben draußen, den abzieht noch 7. 6. Ah, 5. 4. 3. 3. 1. Eyo, Captain Jack, Eyo, Captain Jack, bring me back with a rainbow drag, bring me back with a rainbow drag, bring me back with a rainbow drag, give me yo. Bist du jung? Bist du alt? Bist du alt? Bist du alt? Bist du alt? Bist du ein Schneemann? Wo bist du? Bist du nackt? Wie geht's dir alt? Hast du ein Busen? Was machst du? Bist du ein Busen? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du mal mit den Sereden? Bist du, dass es so ein Müllfahrer ist. Alles mögliche jetzt oder? Ja. Vielleicht ist es einfach ein Stein? Vielleicht ist es auch ne Bubspacke. Auch möglich. Everything is possible. Okay, wer hat hier draußen den abgeschossen, den wolltet ihr da lassen? Naja, die ist noch jemand draußen. Ach, noch einer draußen? Hier, guck da hinten. Also insgesamt 3, 4 nur. Ah, okay. 3 Stück. Ah, hab ein. Noch einen draußen. Das heißt nur noch einer wahrscheinlich und der ist drin. Nur einer und halt noch der draußen ist, ja. Ich wär bei dem Nebel. Sie ist aber auch nix, ey. Er schreibt ins Buch. Wollt die Dämon mein Ling. Warte, was hat man noch? Ich hab schon, ich hab schon mal nicht zugehört. Ultraviolett. Ach ja, stimmt, siehst du so. Hab ich das selber gesagt. Kein Ohr, kein Ohr. Kein Ohr. Kein Ohr. Kein Ohr. Ohr. Warte, wie geil ist das denn? Wir hatten da Garage 3 Verstecke. Ja. Bist du safe David? Dann kann man ihn jetzt schon abschießen. Schießt euch meinen ab. Okay mach. Ich wollt grad sagen, er trifft nicht. Oh, guck mal, der Nebel ist weg. Cool. Geil, stimmt. Hast du aufgeräumt. Ah, weil's jetzt schneit, aha. Machen eine Schneeballschlacht. Damit David richtig kracht. Jetzt nur gucken ob EMF, aber Freezings hab ich keine gehabt. Handelt er noch? Ne, ne, ist vorbei. Geh nö, das hörst du immer so kacke. Dein Lemu. Mh? Mh? I'm a ghost. Beep beep! Beep beep! Beep beep! so belly ich dachte was ist jetzt los er hat sie geworfen wirft sie weg das musst du spielen aber erst die gelben dinge nehmen und dann rechts drauf vertraue mir ich kenne das doch von dir egal mach das jetzt darf ich nicht limo darf nicht limo hat verbot ach so limo darf die runde das item nicht benutzen ich komme eventuell in die freezing bereich zu und ich hatte gerade 0,2 das macht die wenn ich ja sterbe stil ich habe alles ok dann ist auch über die drei dinge nehmen und dann rechts liegt drauf ja 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 mach was so viel größer ist so viel größer nur wir haben freezings wir haben freezings sonst kein gv ich habe gerade 100 darauf hin ich habe gar nicht gesehen so ihr könnt machen was ihr wollt ein dämon guck mal jetzt hat man einen dämon in der runde ich habe nur ich habe gar nicht mehr dämon ich habe gar nicht mehr dämon dämon der weniger rum rum fuckt wie die anderen geister gerade eben alle jetzt sind die dämon jetzt sind die dämon da ist da rum was macht warte was macht warte mit seinem schwanz da rum was macht warte ich mir das nicht ausmachen mit seinem schwanz das ist aber auch ein bisschen wild würde ich sagen oder also so zufrieden jetzt zählte kanzler das Ding ist in dem Modell des Menschenorten Juni ich habe Geräusch aus einfach aus Panik immer wenn die Spieluhr läuft kriegt immer ein Hoppen das ist das stimmt hallo ich bin doch der Spieluhr das ist romantisch das ist super romantisch ich möchte Schmetterlinge kotzen also wen haben wir ein Dämon Dämon Dämonia ein Dämonia eine Dämonia Dämoni nini nina wir haben alle überlegt oh mein Gott Dingel dackel wut guck mal wie schnell ich jetzt ne noch nicht fehlte und du kurze Hoffnung nein ich hab ich war beim Stream gewesen dann wollte ich gerade sagen guck mal wie schnell ich jetzt spawne aber nee das war ja gar nicht ich immer noch krank bin die Woche auch krank geschrieben hmmm immer sind immer sind sie alle krank lalalalalala lalalalalala lalalala 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 das macht wenn der Tor geht gar nicht ne ne wir haben es mit dem Event noch nicht fertig wir haben ja noch nicht mal vor also wir haben knapp vor 2 Stunden angefangen wir sind ungefähr ich lass den direkt stehen der hier auf dem Poller steht am Van jup ich zähl mal alle draußen hier waren wir doch heute schon nein nein kann das nicht sein 1 oh ich hab BMF 3 hier blauer Schrank ist der blauen Zimmer blauen Zimmer ist der Schrank frei im blauen Zimmer ist der Schrank frei im blauen Schrank ist der Zimmer oder ist zimmer frei wie denn nun keine Ahnung also hier draußen gibt es auf jeden Fall 3 wir haben schon wieder die Spiele uhrrrrrrrrrrrrrr Nicht fortgeschritten. Na gut, wir haben ja mehrmals so niedrig gemacht. Wir wollen halt eigentlich bloß dieses Event durchziehen. Und nicht jedes Mal 14 mal sterben. Alter, warum sind denn die so fickerig heute? Ich werde Alptrom heute zurückgeslucht. Ich hab heute tatsächlich... Ich hab noch nie auf Alptrom solche ätzenden Geister erlebt wie heute. Das ist aber auch Wahnsinn. Weil wir halt nicht auf Alptrom spielen, das ist das Problem. Vielleicht das Alptrom wäre vielleicht die einfachere Möglichkeit gewesen. Stimmt, da werden die nicht so fickerisch. Auf Alptrom wird wahrscheinlich einfach 10 Minuten gegangen. So wie der eine Thai, der nichts mehr gemacht hat. Weil ich gesungen hab. Aber ich hab so schön gesungen. So schön. So schön. So schön. Ja, was knurrig ist. Das war die Map, wo ich überlebt hatte glaube ich. Das war bestimmt ein Nasenknochen. Ja, das war die, wo du als einziger überlebt hast. Aber ich hab auch noch bekommen, weil ich tatsächlich noch den letzten Schemann überlebt hab. So, wissen wir, ob der Nischung wo ist. Und dann ist er in meiner Po-Backe gespawnt. Ja gut, das hat dir ja gefallen. Total, total. Ich geh nach unten. Ich geh nach unten. Ah, ne. Wo bist du? Wie alt bist du? Box. Excuse me hat da gesagt. Excuse me. Wir haben 2023. Wo ist er denn? Ich hab schon so ne Zücke. In dem blauen Schlafzimmer. Neben dem Wohnzimmer. Hab ich doch gesagt. Box und Buch. Box, Buch. Oh, vielleicht kriegen wir ein Deo, das wäre wild. Ein Deo auf der Web wäre geil. Super nice. Hast du ja in der Küche das, ne? Okay, keine Finger. Warte mal, ach siehst du, ne, Obake kann's komisch sein. Gut, wir haben noch einen. Also wir brauchen noch einen. Dann ist das ja raus. Wir brauchen was. Ne, 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 wir brauchen einen, der drin ist. Achso. Den hier, du hast das richtig eigentlich mitgerechnet. Na dann. Der war irgendwie hinter der Tür, warte mal. Der letzte war hinterm Eingang? Ne. Ich hab die meisten hinter den Türen eigentlich gemacht. Wir haben Freezings. Wir haben einen Moroi. Na schön, ist schön. Okay. Warum musst du jetzt Solo machen? Wo niemand war, der da mitzockt. Ah, hab ihn. Ah, sehr schön. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Das doch, wir haben den Geist, wir können den abschießen. Dein Geist, wir müssen double fahren. Dann können wir fahren. Aber Gehen aufgeben haben wir gemacht. Na, ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Manchmal, manchmal punkten wir halt einfach mit Nichts. Ich mach grad sagen. Mit nichts. Ja, das ist nicht. Jawoll. so ein wahnsinn warum schickst du mädchen die es ist irgendwie ist heute nicht mein tag ich sehe gar nichts wir haben die karten oh mein gott es ist ein hand ich bin tot das ist die dämon ist es ist mir doch egal ich will nicht mehr sie will nicht mehr sie muss ins bett ich kann das nicht mehr und karten hatten wir ich möchte das spiel nicht mehr spiel ich bin das total doof ich hab den knochen wenn es nicht mehr fassen nie wieder bitte ich deinstalliere das game einfach ich deinstalliere es ich will nicht mehr das macht sie eh nicht das war ich zu dbd auch und hinterher spiel ich trotz der weich gezwungen werde ok hier sind drei auf dem tisch wollt ich gerade sagen die feiern party ich bin der mit der glatze ich bin der mit der mütze ich bin der mit den dicken wustfingern dann mach du glatze mütze ich bin der mit dem geheimrat recken geheimrat sekt ich bin der mit dem nasenpiercing es eingibt mann hä wie ist ganz ich hab oben auch alle also ich denke mal auch auf ich weiß guck nach ja geil auch gut das ist noch mal ein event oh mein gott oh hilfe ich sag ja das ist ganz schön krass hier heute hast du auf dem dachboden auch auf den balken ja gut das ist in der küche hätte ich den wettel auch fünfmal gemacht ui ist halt heiß geworden vor allem im tiefsten winter mhm das ist mir auch immer so ja hier oben ist aber noch einer im schrank drin also so hier oben wenn du hochkommst ja mach du mal ich bin draußen guck mal ja ich ich komme gleich hoch ich gucke im badezimmer ist auch einer oben oben bei dem auf diesen vorhang von der badewanne mhm also schrank und badewanne vergiss dich wenn du runter gehst da an dieser wand da glaube ich war ja noch einer ach was ja halleluja okay aber hier am flur liegt eine dose unten wir brauchen noch 20 ey 20 ach was ist das mit den 55 oh Gott warte wer war du warst raus nein du musst mal raus gehen du weißt wo alles noch ist glaube ich wer wer äh teilweise warst du draußen ja 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 ich wollte gerade sagen ich hab bis umso gar nichts damit zu tun wo bist du gib uns ein Zeichen wo meinte er ist ja jetzt oben hier draußen liegt eine Dose noch was ist da da ja das meinte ich aber draußen mit reinkommst rechts liegt nämlich eine Dose rum wo wurde aber der hat vor mir den Ventilator halt angemacht ich hab ne Tür gehört das Licht ist reinkommen wer war das das war dann der Geist ja die Tür war's die Tür ne ich bin raus jetzt sind wir noch 14 Stück oh Gott leck mich oh oh Gott ich bin jetzt schon 30 mal gekommen alter das ist mir irgendwann auch zu viel sind die Geister heute beschissen den grünen sich irgendwann dran ich bin nie wieder auch fortgeschritten Schatz hast du die beiden schon geholt die oben sind bei der Badebande und Schrank äh ich denke mal okay sein ist im Regal gleich wenn du gleich wenn der Treppe hochkommst gleich geradeaus zu also ja dann hab ich sie dann hab ich sie okay also ich hab ich hier unten keine Ahnung keine Ahnung die Map konnte auch nochmal in den Schränken gehen ne in den Schränken seien diese diese Oh Gott oh Gott oh Gott ja der macht das hundertste Event jetzt bin raus das ist ein Oni hm wo ist denn der nun? ja ich hab jetzt in dem Waschmaschinenraum alles aufgestellt da er das Licht angemacht hatte hm hm aber ich hab hier im Wohnzimmer Gefrierpups da können wir gar kein Strom an ja man geht Strom an oder? doch Strom war aber eben an einem Wache als aus ja okay doch Strom ist an ich hab hier nämlich im Wohnzimmer Gefrierpups gehabt also jetzt hier so hier heute im Ball rum ich bring euch mal also Darkie und und David ich bring euch mal Pillen ich schmeiß also so ne ja ich komm gerade eh raus hier bitte einmal jup David hier liegt auf dem Boden so also ja noch acht okay ich zähl mal draußen jetzt eins zwei wo bist du? wie alt bist du? was willst du? wo bist du? wie alt bist du? hier hab ich Gefrierpupsi ja das ist mein mancher hier roten Ball und ich hab schon Gefrierpups hast du schon die Drogen genommen David? äh ich mach draußen jetzt alle bis auf einen okay eins eins nimm mal Thermometer mit David warum du hast wohl Fieber? ja bitte bitte rum ist aus wo bist du? wie alt bist du? was willst du? wo bist du? wie alt bist du? ich weiß nicht was für ein Geistes ist einfach kein Geist warte mal wo war denn jetzt der Schuh ach hinten war der war der nicht ja doch der war hinten schon okay also ich hab im Wohnzimmer noch 2 Grad ach Göttchen wo sind denn die? 3 Stück fehlen noch okay ich hab auch hier Geflüster gehabt im Wohnzimmer also einer ist hier draußen noch sind das nicht? also brauchen wir nur noch 2 die müssen dann drin sein hoff ich 0,9 ich hab auf wo? minus 0,5 minus? minus 0,5 ja also Freezings ich würde auf Moni schätzen haben wir sonst irgendwas nö oder? nö 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 ist doch eigentlich ausreichend finde ich nö ich geh jetzt nochmal ganz nach oben da war ich grad auch ne? oh okay nö 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 das kann ja jungen nö der Action geht halt voll steil nö warum hat es denn nicht gezählt? ich hab da geräuchert wo die Kacke ist? nö ich hab keine Ahnung nö 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 aber er hat halt doch da angefangen Wohnzimmer ja warum hat das dann nicht? ich check's nicht check's wirklich nicht dieses Spiel ist einfach kacki vielleicht war ich schon abgelaufen von der Haltbarkeit hm wahrscheinlich war es einfach nur ein dummer warte ich fotografiere den Geist das ist ne Interaktion bist du halt bist du Jürgen wie ist du halt? wo bist du? was willst du? hm so viele Geräuche das zählt nicht das leck mich leck mich einfach wirklich eine Poperze ich bin raus so Böckchen ist raus du hast es jetzt doch gesehen ich hab geräuchert nächstens ja da könnte doch nicht dort gefriert sein genau vielleicht ist er da in dem Moment du grad noch gewechselt hast du grad da mit der Hand angefangen ich versteh's nicht auch raus ich bin nicht wieder sterben oh Mann ich hab noch einen gefunden kacki spiel dann haben wir alle zwei fehlen noch dann ja einer muss doch hier irgendwo sein einer ist draußen ich hab noch zwei jetzt sind's nur noch zwei jetzt sind's nur noch zwei ja ja und Demo du könntest mal Drogen nehmen du hast genau null ja gut ich glaub dann bringen die Drogen auch nix mehr durch durch wie viel kriegst du denn 30% oder so kriegst du Hütte das stimmt siehste oh der letzte zu finden das wird ein Krampf ey ein Krampf hey hey wir sind ein Krampf gibt es außerhalb dieses Soundbereich auch einen? ne es gibt außerhalb meiner äh Vorstellungskraft zehn Stück die ich alle umge- hopp 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 hier oben ist noch einer und dann den auf den Stumpfstein geil dann machen sie wir raten einfach ich hab den Geist kann doch mehr hihihi hihihi hab ich den da oben den da oben hab ich übersehen wie kannst du nur ach und du hast oben einen unter dem Bett übersehen ja wie kannst du nur das ist eigentlich eigentlich ich bin mir nicht sicher immer ich mein du verstehst dich nur oft unter dem Bett ne also ich versteh nicht wie du den übersehen konntest also ich geh auf den Oni ich hab auch Oni eingetragen ah ich hab doch gar nicht Oni geh so Oni ciao also wenn es jetzt kein Oni ist sondern ein Mimic ein Hantu weiß ich nicht ein Oni sehr schön Oni hihihi ich möchte dich eingeschränkt in meiner Bewegungsfreiheit sein und du hast keine Verstecke ja keiner ey 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 du Bubsnase fuhl ne Mimic ey 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 jetzt ja stimmt die hat es eigentlich schon dient jetzt weiß ich warum das hier so aussieht warum hier so viel schnee liegt ich hab hier mit seiner bambus leitung ich bin ja da das hat zu beginnen und wird immer dieses kacknebel ist es sehr schön der sein dass man wieder draußen stehen die garten hier draußen ich hab gar keine am besten ich dachte so das mann wollen aus dem ist auf dem dach mache ich jetzt den lassen wir ach ja ok ich bin in der garage frei das finde ich habe auch extra auf anfänger gestellt wenn es gleich ist ich kann euch nicht mal au und uh au was für ein objekt haben wir eigentlich ah die puppe das in der küche glaube ich habe irgendwas gehört in der küche liegt eine gabel am boden in der küche in der küche bei der küche und die draußen mit oder nicht mitgezählt nicht mitgezählt, wir brauchen 2 ok wir brauchen einen alle sind draußen ok das wir auch raus hier ne, wir brauchen schon einen noch, also der ist aber auch drin oder doch, hä, der braucht uns doch schon weg was gab hier draußen, keinen mehr? nö, also einer ist doch drin ok, let's go dann hab ich dann, dann raus wenn ich den mal abschießen könnte, wäre das schon danke, jetzt hab ich ihn sehr schön ich glaube, das ist ein Yokai ich glaube, das ist ein Yokai ne, das ist ein Yokai ich sag ne Shade sag immer Handtun immer Notrads Handtun ok ok ok, let's go can I get a higher? ne Mare, passt ich glaube daneben ist auch vorbei so, letzte Map Limoges oder hinweg? ok 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 limo hat schon da hinweg ja nachdem dann irgendwann in leitung nach Afrika gelegt wurde in der Fresse so wie viel war draus ich mach drin liegt hier oben der in der Wand hängt das ist für eben du Hund wir lassen den auf der Mülltonne dann nehme ich den da oben und das auf allem ne ne also ich hab den Wohnzimmer schon gleich mal sechs stück das ist ein Babyzimmer nur zur Info das ist da oben das ist da oben das ist das Kind gelacht ok ich geh hoch ihihihi äw da geh ich runter also die Geräusche sind schon süß ja und jetzt hat's gemein äw äw und macht's oh 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 du warst doch grad oben nein ich hab dich doch im Zimmer gesehen nein ich hab dich doch im Zimmer gesehen jawohl wie schnell bist du hier runtergelaufen bin halt ein Geist mhm kann durch Wände gehen gespenst mhm mhm gauß bis dahin die Limo ist ein Wieselfling oh ich hab' im Knochen also hast du oben alles abgesucht nö wow ich ganz kurz im Babyzimmer boah da geh ich jetzt hoch so viel dürften es ja gar nicht mehr sein ich hab da bestimmt die Salen schon zwanzig hier abgeballert na warte ich guck mal ich guck na ich guck ich hätte da glaube ich allein im Wohnzimmer jetzt grad schon sechs äh vier stück und wir haben eh mehr fünf mhm also wie du ist das hier so hell den an der Decke habt ihr ja habt ja boah den ich als erstes gemacht hab dem hab ich nämlich gerecht gesagt das war für eben klopf klopf wer ist da der Geist so so wir sollen die alle haben ich hab grad zwei gefunden noch da brauchen wir noch einen mhm war da eine nicht hinter irgendeiner Tür oder ah bin ok du hast ihn gut ihr könnt ihn draussen machen ich muss ein Foto vom Geist machen der Sterne guck guck hab ich ähm ja ja das Geisterfoto ist nicht meine Aufgabe das ist schon eigentlich traurig ne ja aber ich brauche einfach für dieses alles gut ich sag es ist ein alles gut goryo ich weiß nicht wie sagst du es ist ein goryo wie sagst du es ist ein goryo goryo guck mal wie gut ich bin der sah nämlich so aus wie jemand der Dots macht ich hab ihn zwar nie gesehen aber ich bin davon ausgegangen also wir haben jetzt alle alle alles ja wir haben alle alles die Untertitelung des ZDF, 2020